ARD Text im Auftrag von Funk 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 Versuch mal nicht runterzufliegen wie vorhin, du bist über 3 mal runtergeflogen. Aber wisst ihr, bei Castle Fighter stand doch Steam Edition? Ja. Was ist denn jetzt daran Steam Edition? Also ist da was Neues dran oder? Wiss ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du lesen hast oder so. Du liest ja auch viele Schwachsinnige. Ich wusste gar nicht, dass es Steam gibt. Ich dachte nur, ob ich es bleibt. Naja, Steam hat alles. Das ist es ja. Nee, kein FIFA. Nicht? Nee, wir sind von Origin. Stimmt. Da ist ja EA, ist ja ein Engel. Ja, Engel und Scheiß. Ja. Ich pick level 11, na toll. Ja, toll. Maaan! Nein! Nein! Ich auch nicht. Zauber doch mal! Ich bin da! Ich bin da! Es ist, als wäre ein großer FIFA nicht genug. Ah! Das Ding hat auch zu schießen, wenn man genau beim Aufladen was drin tut. Ja. Naja. Alter, die Viecher, die nerven, ne? Ja. Das Problem ist bloß, da kommt so eine scheiß Diebe. Irgendwie die stellen sich im Weg mit einem Traffic-Tapf, die nehmen ja. Ja, ich bin ja auch noch da. Guck mal, wenn ihr zuviert, ey. Das liegt halt drunter und drüber. Der Klon da heult immer noch. Da ist schon wieder, das letzte Jahr schon wieder ein Weg. Gleich haben wir ihn. Jawoll. Ich krieg die schwarze jetzt aber, ne? Ist ja klar. Na, Trottel. Trottel ist... ... 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 hier idiot ja naja du rennst da bloß hinterher anstatt den mal zauber zu schmeißen na genau den geh mal drauf hast du sehen was da drauf ist warte mal geh mal immer mit hier komm mal mit ja die kämpfen zusammen ich habe in grad die räuber die ausgeraubt haben eigentlich ja ach sie sind aber drauf der kuschel zeichnet das geht mal da ist wieder so ein vieh nein da hat er gold geklaut hol ihn dir sehr gut ja oh Was macht denn mein Vogel hier, der soll mir doch eigentlich was holen. Aber macht der überhaupt was? Ich sehe das aber bloß nicht. Ich bin gar nicht. Ich hab mir gedacht, das ist irgendwie ja rot. Ey, das ist richtig schlimm mit rot. Was macht der denn hier? Rot. Ich sehe gerade irgendwie nie durch. Das wär so ein Vieh. Alter, warte ich denn hier ab? Ich wusste ganz genau. Ich wusste ganz genau. Die Abstände sind eh schon extra oder so, wie macht das? Als ob du da zum Himmel durchlaufen könntest. Oh schlaut, warum sollten sie da drinnen sein, wenn es noch nicht kaputt war? Sag doch mal hier. Was wollten wir denn eigentlich noch kaufen? Ich find das Spiel so Hammer. Das ist dann mit so einem Witz noch mit rein gehen und so ein Kack. Genau das ist das, was im Spiel ausmacht, glaube ich auch. Aber naja, nicht jedes Spiel sollte witzig sein. Nein, natürlich nicht. Die Spiele, die sind der Witz höchstens, aber... Ja. Weil die so scheiße sind. Zum Beispiel, es ist ein Squid, ich glaube nicht, das war ein Witzig. Oh, du hast ein Läserschmert, du Idiot. Jawoll. Und das noch eins. Heilt mich wenigstens. Oh, ey. Was bin ich heilt? Weil ich tot war? Gar nicht. Nicht? Nee. Stimmt, ich bin grün. Mann, Alter. So, was mach ich denn jetzt? Agilität. Was mach ich denn jetzt? Agilität. Echt? Ja, Verteidigung ist eingebracht. Ich muss mal kurz gucken, wo wir jetzt sind. Alles klar. Ich muss hier mal ein bisschen den Überblick behalten. Wie weit das noch geht? Ja. Kartenlaserschwert. Ja, ey. Müssten wir mal gucken, ob das Video stark ist. Ich bin jetzt ein grüner Jedi. Ja. Hast du grad hier gehen? Mhm. Alter, ernsthaft. Ja, ich bin spät. Ja, haha. Wenn du jetzt die Uhrzeit sagen, dann lachen sie nicht alle aus. Das ist gerade mal 3 Uhr morgens, ey. Ja. Eigentlich könnte ich ja auch noch was erzählen, wofür bist du zur Unterhaltung, oder? Was denn? Mit Kameradschaftsamt gestern, wenn ich das halt explodiert hab. Könnte man erzählen. Ist das denn so schön das Foto noch eingeblendet? Nee. Nee, dann wird das Video gesperrt. Das geht nicht. Oh Mann ey, das war jetzt schon lustig. Vielleicht andermal. Ja. Das ist so ein Tag, den musst du für immer bei Irrung halten. Meinst du? Ja. Jetzt hat er mal angegriffen. Ja. Aber mein Vogel macht ja ja nichts, oder irgendwie. Nicht wirklich. Toll. Okay. Jetzt nicht so mag ich Zauber. Ja. Hm. Die zieht eingeschnappt. Hilfe. Du? Acht. Okay, mein Speer ist schwächer übrigens, ne? Den müssen wir da nochmal wechseln, wenn wir verlieren sind hier. Ich glaube, das hat ein Vogel funktioniert, Leute. Echt? Ja. 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 Können wir in der anderen Seite ein wenig? Mann ey Ist auch so ein Schwert Warte mal Warte mal Licht halt mal bitte nochmal schnell ab Gib mal was für eine Fähigkeit da hat Keine Ahnung Aber ich wechsel nachher wieder Die ist schwach Die jetzt Die läuft ja immer noch Da hast du aber wenig Zeit zum reagieren Da hast du ja keine Zeit zum reagieren Jo Komm mal klar In einer Plastikwelt hier Loll ich bin tot Wo denn Oh ein Apfel Toll Ich sterbe auch gleich denke ich mal Erfahrung stecke ich auch nicht Hab ich erst hinter mir Ich aber Ne könnte gar nicht Dann müssen wir den erst umlegen Ne ne du kriegst so was Ja Wer ich der Meinung Mann macht das doch mal hier Ecke tot 108 ey Ist gut ne Aber warum machst du mehr als Ecke Ich weiß nicht Ich will gleich Agilität haben Der Schwachsinn zumindest ist Oh 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 Ah Nase kratzt Nein Wir waren so gut Warte mal Schaden Geschwindigkeit in den Bogen schießen Gesundheit, Verteidigung Magische Energie und Nachladen Nö eigentlich nicht Aha Ich wollte Waffe wechseln Ja Nimm auch die Waffe Die ist stärker Man sieht zwar cool aus Der Laserschwert Ne Äh Hingen hier mal nicht nur zwei Waffen Ja Denk hast du gehabt Plus fünf Stärke Und plus fünf Verteidigung Jetzt habe ich Level 20 Ach das sind Levels Alles klar Ne Achso Hammer da rausgeweht Weißt du Level 20 Ja War aber geil hier ne Gitt hier Agilität minus fünf ey Ja gut Aber Jetzt für so ein großes Vieh Alter Wo du kannst du eh bloß ein paar Mal raufhauen Wirst du Ja Danach musst du gleich wieder weg Weißt du was Man müsste jetzt mal so ein Bild zeigen Wie du da jetzt rumsitzt Warum? Ja so richtig wie ein Assi Gar nicht Jetzt hättest du keine Arbeit Hör auf Mit wat So was zu sagen Wieso wat stimmt? Ne Stimmt ja nicht Stimmt ja nicht Nein 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 Bäm Jawollah So muss das sein Alter Wie machst du das eigentlich? Also Ich stelle mir neben die und dann große Y Der Problem ist aber, man kann sich relativ wenig erzählen zu dem Spiel, ne? Ja. Man haut einfach so unser Schirm abschalten und Knöpfe drücken. Ja. Dann überleg mal, du spielst die ganze Scheiße hier alleine. Ja. Genau, so let's play, ne? Bäm, 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 bäm. Oh, der war gut gewesen jetzt gerade. Warten. Bäm, bäm, bäm. Ja. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, 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 bäm. Ey, die kann ich ja gar nicht vergiften, oder was? Verändert. Oh, ne, ich hab gedrückt. Alter, der ist aber auch schwer hier. Egenwie überlebt dich wieder. Du könnt das klappen. Indirekt. Ich hab verteidigt gedrückt. Ja, und? Alter, hast du das behindert. Behindert. Mh. Machen wir mal Verteidigung. Verteidigung. Ja, nochmal hier die ganze Rottscheiße hier unten. Ja. Bam, bam. Spüre die Macht. Möge die Macht mit dir sein. J allowance, ja. Tschüss. Ties sind ja, ich weiß nicht. Nichts. Ja, ich habe eine Antwort. Frau, pu understand. Hm, der Fettbeck hat so, also nicht, aber stellt mir die Frage, wo hatten wir diesen eben Kompass gefunden überhaupt, gerade beim Schmied? Ja. Vielleicht mal 2 Level 13 ist, aber das wären wir lieber nachher gewesen, das ist richtig gewesen. Aber wenn man überlegt, Kompass, du hattest vorhin erst Level 12 erreicht, ihr habt, der geht hier relativ schnell. Kann man einen machen und dann geht das schon irgendwas. Ja.